Ich habe Ihnen jetzt die Antwort gegeben, eine Antwort, die sehr irreführend und täuschend einfach ist. Das werden Sie sehen, diese These, die hier so zusammengezogen ist, ist ganz einfach. Wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich von anderen Wissensarten, besonders dem Alltagswissen, primär durch seinen höheren Grad an Systematizität. Wir werden sehen, dass diese These durchaus auseinandergenommen werden muss, in verschiedene Bestandteile zerlegt und begründet werden muss. Das wird das sein, was ich bis zum Rest des Semesters tun werde. Das ist in der Philosophie, um noch eine Bemerkung dazu zu machen, öfters der Fall, dass Sie größere philosophische Bauwerke durchaus zusammenziehen können, auf sehr kurze Formeln. Und diese Formeln sind dann typischerweise sehr, sehr irreführend, wenn man nur sie kennt, weil man dann meint, aha, das ist sozusagen die Sache. Und völlig unterschätzt, wie viel dann in so einer Formel oder so einem kurzen Satz drinsteht, das werden Sie hier jetzt sozusagen im Laufe der Vorlesung erleben können. Wenn Sie das jetzt sich nochmal anschauen und sagen, ja gut, ja meine Güte, höhere Grad der Systematizität, schön und gut, was kann man da sonst noch viel mehr sagen? Nun, das wird sich dann zeigen. Also zunächst mache ich auch wieder ein paar historische Bemerkungen. Diese These ist nicht absolut neu, also sie ist absolut neu, noch niemand hat sie genau so formuliert, aber ganz ähnliche Gedanken hat es schon verschiedentlich gegeben. Und ich werde darauf jetzt eingehen, dass Sie sehen, dass das sozusagen eine gewisse Anfangsplausibilität hat. Und Sie werden dann sehen, welche Art diese Anfangsplausibilität ist. Und zwar gibt es Ähnliches sowohl in der Geschichte der Philosophie, also wenn man, ich werde nur 100 Jahre jetzt erstmal in den Blick nehmen, also die letzten 100 Jahre, ach nee, ich gehe so ein bisschen weiter, wir sind dann schon 2013, mein Gott, wie ich das Buch angefangen habe, waren es 100 Jahre. Aber jetzt sind es schon 110 Jahre oder 112. Also, in der Philosophie gibt es in den letzten gut 100 Jahren solche Dinge, es gibt sie auch in den Wissenschaften. Und da werde ich Ihnen jetzt einige Beispiele bringen, die Sie dann natürlich auch schon mit diesem Gedanken, der da dahinter steht, einen gewissen Vertraut machen. Die Beobachtung ist die, dass die These in den Wissenschaften und in der Philosophie meist sehr beiläufig erwähnt worden ist, nur so als sei es völlig selbstverständlich, nicht weiterentwickelt, sondern wird einfach erzählt und dann findet man, das ist ja klar. Und das werden Sie jetzt dann sehen. Ich bringe Ihnen zunächst Beispiele aus der Philosophie und dann aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaften. Und das Älteste, das ich hier verwende, ist ein Aufsatz von John Dewey, auf den ich gestoßen bin, der im angelsächsischen Sprachraum in Amerika eine wesentlich größere Rolle spielt als im deutschen Sprachraum. Dewey ist im deutschen Sprachraum eigentlich sehr wenig präsent. Er ist eine der dominierenden Figuren gewesen in der angelsächsischen Philosophie, also in der amerikanischen Philosophie, in der, grob gesagt, ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und John Dewey hat 1903 einen Aufsatz geschrieben, in dem der folgende Satz steht. Der Aufsatz beginnt mit dem folgenden Satz. Also er will das Wort scientific verwenden, habe ich endlich gesagt, wo der, oh, ich habe gar nicht geschrieben, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Aufsatz heißt. Mal vergessen, mein Buch habe ich auch nicht da. Also der Aufsatz hat jedenfalls scientific, ich glaube irgendwas, scientific and morals oder so irgendwas. Und er will jetzt einfach sagen, pass auf, das Wort scientific verwende ich. Und das ist jetzt so verwendet, dass es eben an eine familiar notion, also an einen bekannten Begriff der Wissenschaft als ein Körper, als ein, das kann man im Deutschen so schlecht sagen, als eine Ansammlung von systematisierten Wissen verstanden wird. The phrase body of systematized knowledge may be taken in different senses. Das kann man also in verschiedenen Bedeutungen nehmen. Dieses Body, diese Ansammlung oder dieses, was sagt man dann für Body am besten, diese, der Körper kann man auch nicht sagen, also dieses Gerüst oder dieses System kann man auch nicht sagen, also diese Menge von systematisierten Wissen kann in verschiedenen Bedeutungen genommen werden. Das wird etwas sein, was wir hier noch extensiv sehen, dass man hier verschiedene Bedeutungen in irgendeiner Weise mit dem Systematisch oder Systematized oder Systematicity verbinden kann. Und jetzt sagt er, es sind hier zwei verschiedene Bedeutungen. It may designate a property which resides inherently in arranged facts. Also in arranged facts, also irgendwelche Fakten, die man irgendwie arrangiert und natürlich irgendwie offenbar systematisch arrangiert. Dort ist also das mit diesem systematisch angesprochen. Also in putting them into coherent form, das sind die Fakts, die dann wieder irgendwie angeordnet werden müssen. Also dort ist was Systematisches, aber auch in der Aktivität ist was Systematisches oder genauer in den Aktivitäten beim Beobachten, beim Beschreiben, beim Vergleichen, beim Schließen, beim Experimentieren und beim Testing. Also überall dort kommt irgendwie ein systematisches Element ins Spiel, was immer das auch dann heißen soll. Und das ist eine Vorbedingung, dass man dann die Fakten irgendwie systematisch anordnen kann. Und auch hier spielt wieder Systematizität eine Rolle. The term should include the term, nämlich scientific. The term should include both of these meanings. Und Sie haben also, Jui sagt ja schon, wir haben hier zwei verschiedene Bedeutungen. Und die eine Bedeutung bezieht sich aber schon noch auf verschiedene Aktivitäten, in denen das systematisch eine Rolle spielt. Und das ist es, was er zur Systematizität zu sagen hat. Danach geht es dann mit der Untersuchung los. Dort finden Sie im Keim die Idee, die ich in diesem Buch, in dieser Vorlesung auch entwickle. Auch, dass es hier verschiedene Bedeutungen gibt und dass hier Aktivitäten und Bodies of Knowledge so irgendwie zu charakterisieren sind. Das werden Sie alles dann auf die eine oder andere Form im Folgenden auch finden. Der Gedanke ist sozusagen im Grundsätzlichen hier bei Dewey da. Jetzt gehen wir fast 60 Jahre weiter. Charles Morris, der etwas schreibt, wo er sich auf Neurat bezieht. Das ist ein Philosoph des Wiener Kreises. Und zwar gab es dort den Plan einer Enzyklopädie of Unified Science. Das ist ein interessantes Projekt, diese Enzyklopädie im Generellen, die es vor allen Dingen in der Neuzeit in sehr berühmten Versuchen und Durchführungen gegeben hat. Es gab eben im 20. Jahrhundert eine Enzyklopädie of Unified Science. Das ist nochmal auch selber ein interessantes Projekt. Gut, ich gehe nicht auf Details ein, sonst verliere ich mich. Und dort sagt Morris, der einer von den Leuten war, die das dann durchgeführt haben. Neurat hat das angeregt gehabt. Section 2 was to deal with methodological problems involving the special sciences and in the systematization of science. Also da geht es wirklich um die speziellen Wissenschaften. Also damit ist gemeint die Einzelwissenschaften und ihre Systematisierung. Und der Abschnitt 3 was to concern itself with actual state of systematization within the special sciences. Also da geht es irgendwie um das Gebäude, das Gesamtgebäude der Wissenschaften in einer Enzyklopädie. Und auch dort gibt es irgendeine Art der Systematisierung, die sich auf das Ganze bezieht und auch auf die Einzeldisziplinen bezieht. Auch hier ist sozusagen die Idee irgendwie eines Systems, eine Enzyklopädie, die dann irgendwie ein System bildet. Und das ist irgendwie charakteristisch für Wissenschaft. Das sehen Sie mit diesem actual state of systematization. Das scheint also irgendwie bedeutungsvoll zu sein. Also auch hier sieht man, da ist der Gedanke der Systematisierung da. Viel mehr finden Sie an dieser Stelle nicht. Dann finden Sie von Carl Gustav Hempel einen bedeutenden Wissenschaftsphilosophie des 20. Jahrhunderts, der von 1958 zum Beispiel über wissenschaftliche, von 1958 an, dann in einer besonders berühmten Arbeit von 65 zum Beispiel gesagt hat, All scientific explanation seeks to provide a systematic understanding of empirical phenomena by showing that they fit into a nomic nexus. Also je alle wissenschaftlichen Erklärungen, die versuchen systematisches Verständnis der empirischen Phänomene zu erzeugen, indem sie zeigen, dass diese Phänomene into a nomic nexus, nomic bedeutet gesetzmäßig, naturgesetzmäßig, indem sie in einen naturgesetzmäßigen Zusammenhang gestellt werden. Also dort ist diese berühmte Popper-Hempelsche, wird sie genannt, Weise des wissenschaftlichen Erklärens oder genauer die Explikation der wissenschaftlichen Erklärung, so wie es durch Popper und Hempel berühmt geworden ist, in Wirklichkeit im 19. Jahrhundert schon längst gemacht worden ist von den Leuten im Neukanzianismus. So schwierig ist das auch nicht, das zu merken. Anyway, also das hier, das systematische Verständnis empirischer Phänomene, hier sehen Sie auch, dass das Understanding offensichtlich mit dem Explanation gleichgesetzt wird, da wird kein Unterschied terminologisch gemacht, so reden wir nämlich auch normalerweise. Auch darauf werde ich zu sprechen kommen. Also das geschieht eben, ein Verständnis von Phänomenen geschieht, indem sie eingefügt werden in einen naturgesetzlichen Zusammenhang. Aber eben systematisches Verstehen und das ist das, was die Wissenschaften auszeichnet. Oder etwas später schreibt er, Also da geht es um ein Weltbild, das die Wissenschaften formulieren und das ist eben systematisch organisiert und hat die Eigenschaft, dass es Erklärungskraft und Vorhersagekraft hat. Das sind die Dinge, die Hempel hier nennt, wo Sie auch sehen, dass diese systematische Organisation in diesem Fall auch irgendwie im Zentrum dessen ist, was Wissenschaft dort sein soll. Also science is widely conceived as. Das bedeutet, viele Leute finden das auch so. Das sehen die meisten so, dass die Wissenschaft irgendwie ein System des Wissens, das System steht nicht wirklich hier, sondern steht da, systematically organized, was immer das dann auch genau sein mag. Dann finden Sie in einem berühmten Buch von Ernest Nagel, The Structure of Science heißt das, das ist ein Band mit, glaube ich, 700 Seiten, der den damaligen Wissensstand oder Kenntnisstand oder Diskussionsstand der Wissenschaftsphilosophie in dem angelsächsischen Raum darstellt. Und in diesem Buch ist ein Vorwort, in dem er unter anderem schreibt, It is the desire for explanations, which are at once systematic and controllable, that generates science. Auch hier ist dieses Element des Systematischen. Also Wissenschaft wird erzeugt durch das Bedürfnis nach Erklärungen, die gleichzeitig systematisch und kontrollierbar sind. Also hier haben Sie zwei verschiedene Gedanken natürlich drin. Des Systematischen, es bleibt hier offen, was das ist, in welchem Sinne Erklärungen, wissenschaftliche Erklärungen, also dass das Bedürfnis nach solchen Arten von Erklärungen dann Wissenschaft generiert, aber jedenfalls ist das zugleich systematisch und kontrollierbar. Das ist was hier für Hempel, für Nagel hier das Entscheidende ist für die Wissenschaft. Und ganz interessant, das hatte ich erst relativ spät entdeckt, wie ich schon lange an meinem Projekt gearbeitet habe, A number of further differences between common sense and scientific knowledge are almost direct consequences of the systematic character of the latter. Also, es geht wirklich um die Differenz von Common Sense und Wissenschaft und was er hier sagt, ist sozusagen ganz nah an der These, wie ich sie vorhin formuliert habe, dass eine Nummer, eine Zahl, eine Anzahl von Unterschieden zwischen Common Sense und wissenschaftlichem Wissen sich eben fast unmittelbar, was immer das genau heissen soll, ergibt daraus, dass das wissenschaftliche Wissen systematisch ist und das andere offensichtlich nicht. Also das ist hier die Implikation. Das finden Sie bei mir nicht so. Ich würde niemals behaupten, dass der Common Sense unsystematisch ist. Meine Behauptung ist ja die, dass das wissenschaftliche Wissen systematischer ist. Das ist der Common Sense. Aber auch das habe ich erst dann später gemerkt, dass das so gar nicht funktionieren kann. Und in den letzten 100 Jahren ist Nikolaus Rescher eigentlich der einzige Philosoph, der sich wirklich ausführlich mit Systematisität und auch eventuell mit Beziehungen auf die Wissenschaften beschäftigt hat. Rescher, der sehr viel Literatur kennt, sieht das auch so. Also das war, in den letzten 100 Jahren gab es keine nennenswerte Diskussion, außer diese paar Splitter. Und die sind nicht entwickelt worden. Die Leute sagen zwar hier das Systematische, das zeichnet die Wissenschaften aus und die Erklärungen und blablabla, aber niemand hat sich hingesetzt und das wirklich entwickelt und geschaut, was sind denn da die Konsequenzen, was heißt denn das eigentlich im Detail. Und Rescher hat etwas gemacht, was relativ nah dran ist an diesem Projekt. 1979 hat er ein Buch geschrieben, Cognitive Systematization, a Systems Theoretic Approach to a Coherentist Theory of Knowledge. Das ist in der Nähe dessen, was wir hier tun. Hier geht es ja um, was ist Wissenschaft? Ihnen geht es um eine Theorie des Wissens, eine Wissenstheorie oder Erkenntnistheorie. Die ist kohärentistisch, was immer das auch heißen soll. Und die Hauptsache ist die kognitive Systematisierung. Also eine Systematisierung, die sich irgendwie auf das Kognitive bezieht. Und da sieht man, da ist man auch sozusagen in ähnlicher Gegend. Das andere in einem Buch von 2005, Cognitive Harmony, The Role of System, Systemic Harmony in the Constitution of Knowledge. Auch dort geht es primär um Knowledge, nicht um Scientific Knowledge, also um wissenschaftliches Wissen, sondern generell. Und da geht es darum, dass irgendwelche systemische Harmonien bei der Konstitution von Wissen, das geht natürlich weiter als nur für Wissenschaft, sondern für die Konstitution von Wissen, sind irgendwelche Harmonien, systemische Harmonien notwendig. Systemische Harmonien. Und das Ganze nennt er dann, das ist eine Cognitive Harmony. Also das klingt so ein bisschen so weich und sanft und so, so mit Harmonie und so, aber das ist eine relativ knallharte und trockene Geschichte. Was man dann sehen wird, ich werde das später machen, dass er an einem Projekt ist, wo Systematisierung oder Systematizität, sollte ich genauer sagen, Systematizität eine große Rolle spielt, allerdings nicht genau im gleichen Sinn wie bei mir. Und er will was anderes, er will eben eine Theory of Knowledge und das, was hier passiert, ist was anderes. Hier geht es um eine Theory of Science, of Scientific Knowledge, aber nicht auf Knowledge, einfach simpliziter, so wie bei ihm. Also das ist etwas anderes. Also das sage ich ja hier, haha, das kann ich ja ablesen. The context is a coherentist theory of knowledge. Und er fragt eben, warum und wie das Wissenschaft in die Ordnung eines Systems eingepasst werden sollte. Das ist bei ihm das Ziel und das ist bei mir definitiv nicht das Ziel. Das werden Sie aber erst später sehen können, das sehen Sie hier noch nicht. So, also in der Philosophie gibt es diesen Gedanken. Was interessant ist, das haben Sie bei Dewey gesehen und auch bei Hempel gesehen, dass irgendwie selbstverständlich gesagt wird, ja, das wissen wir ja alle mit dem Systematischen. Als Wissenschaft ist ja klar, gibt es gar nichts darüber zu sagen. Naja, Philosophie zeichnet sich immer wieder unter anderem dadurch aus, dass man Dinge, die offensichtlich klar sind, oder dass man die dann mal auseinander nimmt, genauer anschaut, fragt, was das genau bedeutet, auf welchen Voraussetzungen es beruht. Und so wird das dann auch hier gehen. Jetzt bringe ich Ihnen aus verschiedenen Wissenschaften Beispiele, also wenn man mal sozusagen die Systematizitätsbrille aufgesetzt hat, dann stößt man überall immer wieder drauf. Aber das ist so ähnlich, wenn Sie sich selbst ein neues Auto kaufen oder gebraucht oder neu und dann sehen Sie diese Marke das erste Mal, dann fahren lauter solche Autos da rum. Das ist einfach ein geschärfter Blick, den man dann hat. Und ich bringe Ihnen einfach ein paar Beispiele und ich habe viele, viele mehr, die mir einfach in den letzten 10, 12, 15 Jahren dauernd über den Weg gelaufen sind. Ich beginne hier mit einem physikalischen Beispiel. Beispiel aus der Physik, ich sage Ihnen gleich, wer die Autoren sind. Historians, Detectives und Plumbers. Also Plumbers sind Installationsfachleute. Indeed all human beings, also dann kommen wahrscheinlich Kinder und Frauen und so weiter sind auch dabei, use the same basic methods of induction, deduction and assessment of evidence as do physicists or biochemists. Also alle Leute, das sind hier verschiedene Berufsrollen und ansonsten alle Leute, die benutzen dieselben basic methods, die grundlegenden Methoden von Induktion, Deduktion und assessment of evidence. Das bedeutet Bewertung von irgendwelchen Daten, empirischen Daten. Und alle Leute machen das im Prinzip sozusagen gleich und der einzige Unterschied ist der, modern science tries to carry out these operations in a more careful and systematic way. Also die Wissenschaftler meinen das im Prinzip genauer ein bisschen sorgfältiger, careful und systematischer, weil ich mir das dann genau heißen soll. By using controls and statistical tests, insisting on replication and so forth. Also das wird offensichtlich erklärt, diese more careful and systematic wird erklärt, indem man controls benutzt, das sind Kontrollexperimente, statistische Tests und insisting on replication, also Reproduzierbarkeit von Experimenten und so weiter. Er sagt, das ist der einzige Unterschied zwischen dem, was wir im Alltag machen, wenn wir irgendwelche Erkenntnisse gewinnen wollen und dem, was in der Physik passiert oder in der Biochemie. Das sind die beiden Wissenschaften, die die beiden offensichtlich kennen. Es handelt sich um Alan Sokal und Jean Brickmont, Fashionable Nonsense, Postmodern Intellectual Abuse of Science. Das ist der Sokal mit der Sokal-Affäre, der so einen Fake-Artikel geschickt hat an so eine postmoderne Zeitschrift, wo er lauter Mist geschrieben hat, absichtlich eine reine Parodie und der Artikel ist als ernst angenommen worden. Und daraufhin hat er dann gesagt, da seht ihr mal, was ihr Idioten für intellektuelle Standards habt. Wie gut das Experiment auch war, hat eine riesen Debatte ausgelöst, die Sokal-Affäre wird es wirklich genannt, Sokal's Hoax. Wenn Sie das suchen auf dem Internet, finden Sie das. Und die Affäre war, glaube ich, 1996 oder 1994, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben sie danach noch ein Buch gemacht, also Fashionable Nonsense, Postmodern Intellectual Abuse of Science, weil die Postmodernen gerne dann Beispiele aus der Naturwissenschaft benutzen. Und da sind sie also, Herrn Sokal und Herrn Brickmont, beides theoretische Physiker, also so auf die Füße getreten, dass die also stinksauer waren. Das ist hier nur ein Kontext, der uninteressant ist, aber Sie sehen auch hier sozusagen den Gedanken, irgendwie der Unterschied von Wissenschaft und Common Sense ist nicht so weit weg, ist nicht so groß, sondern da ist sie more careful and systematic. Das ist ein Physiker. Dann nehmen wir mal was aus der Mathematik. Und das ist ein Artikel, der sich über Mathematik des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Also die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert hat selbstverständlich viele neue Dinge auch hervorgebracht, aber eben, ich habe das schon mal angedeutet, eine große, wirklich gewaltige, tiefgehende Neuorientierung der Mathematik, die dann Ende des 19. Jahrhunderts wirklich abgeschlossen war. Und dieser Mathematikhistoriker sagt das eben, das sei das Hauptsächliche, diese Systematisierung, Ordnung hereinzubringen, developing the internal structure of mathematics itself, was immer die internal structure ist. This has largely remained the concern of professional mathematicians to this day. Das ist nahe wie vor die Aufgabe. Und Sie finden natürlich in der Mathematik verschiedene solche Ansätze, wenn nicht Bourbaki, ist eine Gruppe von französischen Mathematikern, das man wirklich so beschreiben kann, was man versucht einfach, die verschiedenen heterogenen, anmutenden Stücke der Mathematik irgendwie zusammenzubringen. Mathematics came to be seen as a science unto itself, whose value could be judged only by its own internal standards. Now it seemed mathematics could be worthy of its name only if it was rigorous, self-consistent and systematic. Also hier wird gesagt am Schluss, dass man dort zu dem Eindruck gekommen ist, dass die Mathematik als Wissenschaft vor allen Dingen davon lebt, rigorous, self-consistent and systematic. Also der systematische Aufbau irgendwie für den Wissenschaftscharakter sogar der Mathematik sehr wesentlich. Das stammt von Amir Alexander, ein Wissenschaftshistoriker, gegenwärtiger, tragic mathematics, romantic narratives and the refounding of mathematics in the early 19th century. In ISIS, das ist eine bekannte, führende wissenschaftshistorische Zeitschrift. Dann gehen wir weiter und der nächste Schritt ist die kognitive Entwicklungspsychologie. Das sind jetzt zufällig, wo ich einfach irgendwelche Disziplinen gefunden habe. Es kommen noch exotischere. Also die fragen sich einfach diese Leute in der kognitiven Entwicklungspsychologie, wie auch in anderen Gebieten, in der kognitiven Ethologie, fragt man sich einfach, wie Tiere oder hier kleine Kinder eigentlich ihr Wissen im Kopf haben. Auf welcher Weise das da repräsentiert ist, wie das organisiert ist. Und jetzt sagt er eben hier, es gibt die eine Richtung, die sagen, dass auch die Kinder da ihr intuitive knowledge, ihr intuitives Wissen, dass die das irgendwie haben als ein coherent, zusammenpassendes, kohärentes und systematischer Satz von Ideen, so dass man das, was die Kinder, schon die kleinen Kinder im Kopf haben, eine Theorie nennen kann. Sie sehen, dass hier implizit natürlich gesagt wird, aha, systematic and coherent bedeutet Theorie. Und Theorie ist natürlich dann schon, gar nicht mehr weit weg von wissenschaftlicher Theorie. Dass die eine Fraktion und die andere other researchers think that naive physics consists of a fragmented collection of ideas which do not have the systematicity that is typically attributed to a scientific theory. Jetzt kommt auch scientific noch dazu. Also wissenschaftliche Theorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach eine Systematizität haben, die ist offenbar in dieser Sicht konstitutiv für ihre Wissenschaftlichkeit und so ein fragmented collection, also eine fragmentierte Sammlung irgendwie aufgehäuft, das ist nicht eine Theorie und da hat sich nicht mit Wissenschaft, sondern Wissenschaft ist fundamental irgendwie über das Systematische hier. Auch hier sehen Sie natürlich der Gedanke, dass Systematizität irgendwie konstitutiv ist für Wissenschaftlichkeit, ist ganz klar. Das stammt von Stella Wosnadier und Bill Brewer. Der Bill Brewer ist ein Psychologe, der sich sehr stark für Wissenschaftsphilosophie oder sehr stark mit Wissenschaftsphilosophie beschäftigt. Auf der alle zwei Jahre stattfindenden großen, größten und wichtigsten Konferenz der Wissenschaftsphilosophie von der Philosophy of Science Association ist Bill Brewer immer dort. Also ich habe ihn dort auch kennengelernt. Der arbeitet eben in der kognitiven Psychologie und ist deswegen dort sehr auch interessiert an dem, was die Wissenschaftsphilosophen machen. Mental Models of the Earth, A Study of Conceptual Change in Childhood. Es ist eben interessant, wann kommen die Kinder eigentlich weg von der flachen Erdvorstellung zu der Kugelvorstellung? Was passiert dort? Das hat einfach den Bill Brewer hier besonders interessiert. Arbeit von 1992 mit Stella Wosnadier. So, dann gehen wir wieder woanders hin, gehen wir in die Geschichtswissenschaft. Die Geschichtswissenschaften sind leider, leider, leider viel zu wenig im Fokus der Wissenschaftsphilosophie. Es beschäftigen sich wenig Wissenschaftsphilosophen, in Deutschland schon fast überhaupt niemand, aber auch international nicht besonders viele Leute mit den Geschichtswissenschaften. Das ist ein großer Jammer, weil die Geschichtswissenschaften überaus interessant sind, weil sie wirklich so viel anders sind als die Naturwissenschaften. Und sie zählt natürlich, das ist meine Einschätzung, pardon, den anderen Geisteswissenschaftlern gegenüber. Sie ist meines Erachtens diejenige Disziplin von den Geisteswissenschaften, die die höchsten intellektuellen Standards hat. Die sind sozusagen am besten wissenschaftlich unterwegs, meines Erachtens im Vergleich zu den anderen Geisteswissenschaften. Das heißt nicht, dass die anderen einfach schlecht sind, aber die Geschichtswissenschaften haben natürlich auch die längste Tradition und haben dort die besten Standards, soweit ich das beurteilen kann. Historical method may seem to amount to little more than the obvious lessons from common sense. Also scheint sozusagen auch die Historiker, die machen doch nie mehr als common sense. But it is common sense applied very much more systematically and skeptically than is usually the case in everyday life. Also, das ist common sense, aber eben viel systematischer, das ist das Entscheidende. Supported by a secure grasp of historical context and in many instances a high degree of technical knowledge. Also ich brauche nur so andere Sachen, ich muss also sowas, was historischer Kontext, was das ist, das muss man einfach wissen, man muss irgendwelches technisches Zeug wissen, aber entscheidend ist es, dass es wesentlich ist, common sense much more systematically applied. Das finden Sie in einem sehr interessanten, lesenswerten Buch von John Tosh und Sian Lang, The Pursuit of History Aims Methods and New Directions in the Study of Modern History. Die Historiker haben relativ viel an Literatur für die Einführung, für die Geschichtsstudierenden, wo Sie dann über Geschichtswissenschaft sprechen. Das sind unterschiedlich gut, sobald es um die historischen Hilfswissenschaften geht, sind die immer gut, da kennen die sich natürlich aus. Die Philosophen sagen, sie sind dann manchmal etwas dünner, aber dieses hier, Pursuit of History, scheint mir ein sehr gutes Buch, in dem auch diese Idee, dass das Wissenschaft, also Geschichtswissenschaft, wesentlich mit Systematizität zu tun hat, sehr klar formuliert ist. Dann gehen wir in eine Disziplin, von der Sie vielleicht gar nichts gewusst haben, die Bildsemiotik. Also die Semiotik ist ja die Lehre von den Zeichen und die Bildsemiotik ist eine Disziplin, die die Bilder danach, also wirklich Gemälde, in diesem Sinn von Bildern, Bilder daraufhin analysiert, dass die Elemente selber Zeichencharakter haben. Also das ist eine, ich weiß nicht, wie weit es verbreitet ist, fürchterlich breit wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, es gibt dort einen interessanten Text, in dem dann gesagt wird, also das sagt er, ist die erste Approximation, dass die Wissenschaft, er braucht das, um da seine Bildsemiotik auf den Weg zu bringen. Der Autor, ich sage gleich, wer es ist, den kennen Sie zwar wahrscheinlich auch nicht, ich habe den auch nicht gekannt. Also der Autor sagt, die Wissenschaft, das ist eben in erster Näherung, also mal als grobes Blick, eine besonders ordentliche und systematische Weise. Das ordentlich hatten wir auch schon, das ordentlich ist eben ganz nah am systematisch, was systematisch ist, irgendwie auch ordentlich. Ob alles, was ordentlich ist, auch systematisch ist, ist nun mal eine andere Frage, aber jedenfalls, das ist nicht weit weg voneinander. Und das scheint also das zu sein, was hier für die Wissenschaft entscheidend ist. Das stammt von Göran Sonneson, das ist ein schwedischer Wissenschaftler, Current Issues in Pictorial Semiotics, mit dem schönen Titel an The Quadrature of the Hermeneotic Circle. Das finden Sie dort. Nur kleine Nebenbemerkungen, der hat auch eine längere Diskussion des Bildes, was Sie vielleicht manchmal sehen, wenn ich den Computer aufstarte, Las Meninas von Velázquez hat dort eine längere Diskussion, und da bin ich auch, glaube ich, über den bin ich auf die Diskussion dieses Bildes überhaupt gestoßen. Habe dann auch mit ihm korrespondiert, da ein bisschen rumgestritten, weil ich fand, er hat nicht recht. So, das ist auch hier völlig wurscht, sondern es soll ja ein bisschen manchmal mit Leben gefüllt werden, die Philosophie und die Lehre, wenn es ein bisschen zum Anfassen wird. Also, das sagt er in der Bildsemiotik, das ist also wirklich ganz tief in den Geisteswissenschaften drin. Jetzt nehmen wir noch die Theologie sogar, das ist für viele Naturwissenschaftler natürlich sozusagen der Idenbegriff einer Nichtwissenschaft. Und das ist natürlich die Frage, wenn man glaubt, ja, Theologie, das ist die Lehre vom lieben Gott, den lieben Gott gibt es nicht, also kann es die Theologie nicht geben, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist nicht die volle Wahrheit. Ja, da sind Sie ein bisschen kurz, wenn Sie dieser Meinung sind. Also, ich gebe Ihnen hier was aus einem Artikel, einem Lexikonartikel, wo darüber gesprochen wird. Theologie in a narrow sense of that term sets out to articulate the beliefs of a given religion and to put them in systematic order. Also, Theologie in a narrow sense of the term, da scheint es also noch eine weitere Bedeutung zu geben, aber sicherlich hier in einem wissenschaftlichen Sinn, das versucht, die Beliefs einer bestimmten Religion, also die Glaubensinhalte, wird das wohl heißen, einer bestimmten Religion, zu artikulieren und in eine systematische Ordnung zu bringen. Und da sehen Sie, das ist also jetzt nicht eben Religion, sondern es sind, der Gegenstand der Theologie ist in diesem Fall a given religion, und zwar die Beliefs of a given religion, und die werden systematisiert. Und da kann man natürlich sagen, ja, das kann man natürlich richtig und falsch machen und kann man systematisch machen, und dann ist die Theologie natürlich, es können auch andere sagen, Sie können auch, ich weiß nicht, die kognitive Welt der Ultras von Hannover 96 können Sie untersuchen und in systematische Ordnung zu bringen, falls es eine dort gibt, und schauen, was die sich so denken und was da wichtig ist für die. Und insofern, also ich will jetzt nicht hier umgelaufen, sondern Sie können einfach jeden Gegenstand, in einer Gruppe, wo sich in irgendeine Gruppe irgendwas glaubt gemeinsam, in irgendeiner Weise können Sie es natürlich beschreiben, und dann ist es völlig wurscht, insofern, ob es um lieben Gott geht oder um Hannover 96, was im Moment ja etwas weiter davon entfernt ist. Das stammt aus einem Artikel Philosophie of Religion, Problems of Philosophie of Religion, aus der Edwards-Enzyklopädie, und manche von Ihnen von 1967, die vor zwei Stunden die Lehrveranstaltung, das ist das gleiche Lexikon, die gleiche Enzyklopädie, aus der ich diesen Artikel habe. So, also, was ich Ihnen damit sagen wollte, ist zunächst mal, es ist also sicher nicht so, dass die These, die Wissenschaft irgendwie mit Systematizität zusammenbringt, von vornherein mal abwegig ist, sondern das ist ein Gedanke, den Sie finden, der läuft irgendwie rum, und zwar eben merkwürdigerweise, die Leute sagen zwar, es sei irgendwie, oder viele sagen, es sei dann konstitutiv für Wissenschaftlichkeit, es sei allgemein bekannt, aber damit bleibt es dann auch, also darauf bleibt es dann auch beruhen. Niemand macht sich die Mühe und sagt, ja, wenn das so wichtig ist, dann schauen wir das doch mal genauer an, was heißt denn das eigentlich alles, was bedeutet das eigentlich, hat das eigentlich einen Sinn, kann man das begründen, kann man das verstehen, das passiert nicht. Also, mir soll es recht sein. Oder mir war es recht.